Moin Leute, Willkommen zurück bei Mordor's Schatten. Heute werden wir mal wieder auf Resma und mal schauen was uns da erwartet. Die Macht des Geistes. König Marwan hat den Schlüssel um die wahre Macht des Ring-Erschaffens zu entfesseln. Die Macht zu befehligen und zu beherrschen. Stelle eine Armee auf und fordere die schwarzen Hauptmänner heraus. Tarz das Messer. Macht 16. Altgedienter Häubling. Den sollen wir beherrschen. Königin Marwan. Warum? Warum kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer. Mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Urk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Grublik. 500 Fuß entfernt. Den machen wir mal kurz zu unserem. Nicht wundern Leute, heute ist die Nase komplett dicht. Ich mach heute einen Auf-Mund-Atmer. Ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht so ganz anders an. Wenn überhaupt. Und störe auch nicht so damit. Den Spiel und Sprachfluss. Gehen wir mal hier hoch und gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Du bist ruhig. Wollen wir mal schauen. Mehr als ich erwartet hatte. Mehr die wir töten müssen, um den Hauptmann zu gelangen. Grublik. Fähigkeit freigeschaltet. Befehligen. Wenn du einen Hauptmann beherrschst, hast du Alt-Links-Strg gedrückt. Groß-Tippel-Taste. Kannst du Rechtsklick drücken, um ihn zu befehligen. Der Befehl zu geben. So kannst du deinen Gebrannten-Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen. Oder sich einem Häuptling als Leitwächter anzubieten. Okay. Gefunden. Beherrsche Grublik. So. Wir werden erstmal alles hier vernichten, was da ist. Moment mal. Sie gehen. Wir müssen weiter in die Richtung. Es könnte eventuell schon mal reichen. Es sind verriert hier etwas sehr stark. Wer hält das Schild so hoch? Runter mit dem Schild. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie du dich vor Schmerz windest. Du brauchst gar keine Gedanken machen. Einfach, wo wir es können. Kloppen die noch ein bisschen nieder. Wir brauchen den Leben. Schon wieder vergessen. Die holen wir uns mal. Zuck. Wär schön grublik. Zack. Lenn Taste beherrschen. Rechtsklick zu befehligen. Dieser Hauptmann steht nun unter deiner Kontrolle, so wie viele andere ja auch. Du kannst einen Machtkampf provozieren und ihn auffordern, einen anderen Hauptmann zu ermorden. Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Da können wir logischerweise helfen. Drücke Leert-Taste, um meinen Hauptmann zu befehlen, den Trupp von Tarz beizutreten. Tarz, das Messer. Status. Übervolle Tarz, indem du dich in seine Festung schleichst. Abmarsch, Kollege. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Nehmen wir gleich weiter zu Dämmelsohn. Die gehören dazu. Er ist immer so, dass man muss extrem, wenn man alles spielen möchte, muss man extrem viel Hauptmission spielen, man kommt echt weiter mit, um alles zu können. Ich muss groblich dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Das kennen wir schon zu Dämmel. Wir müssen uns oben halten. Haben wir nicht geschafft. Obwohl wir schon abgerutscht sind. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Ich glaube, ich habe dieselbe Mission schon mal gemacht. Halt zu mir, oder hier liegt tot vor meinen Füßen. Ah ja. Komm. Zack. Und zack. Ich belohne deinen Einsatz und mit meiner Durst erfreut. Richtig und gespänchter, weil es wiederkommen ist. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Ich würde sagen, wenn er nicht weitergeht, der Schwachkopf. Bescheid. Hopp. Super. Waffe. Böchster. Deswegen. Fort. ja ja fertig jetzt da wir unseren jäger haben lass uns unsere beute jagen er wurde zum leibwächter in land der häuptling hat unseren hauptmann erwählt und mit ihm seinen tod nun müssen wir uns für die schlacht in stellung bringen abscheuliche wilde bestien werden wir uns zunutze machen unser sie sind vor teleportieren das können wir nicht das können wir auch nicht wir müssen irgendwie ein bisschen zu fußkrabbert laufen da jetzt hätte ich mit mir gehen können glückgelaufen macht nichts passiert es wird mich an dieses übel habe ich meine familie verloren dann über rache indem du dieses übel gegen sich selbst recht ist die königin hat recht es ist klug die unbarmherzigkeit der urugs gegen sie zu verwenden ich brauche ein paar pfeile zwei pfeile sollten reichen wir sind dann noch da hoch verdienen mehr anerkennung stimmt es sind immer die berserker die den grog kriegen oder die schützen oder die schildträger krieger sind hart die brauchen keine anerkennung wir sind irgendwo hin den können wir trotzdem nicht sehen oder was ist doch scheiße gerade ja komm das habe ich mir gedacht ne ihr kennt das doch nicht der vorwanderthofen ja den schnappen wir uns der häuptling versammelt die wachen um sich der grabenwander muss in der nähe sein die alte wache war malig eine beste zwei haben wir zwei zu nur aber wenn wir schon ein paar mal festgestellt haben stehen die auch öfters mal im weg wir sind bereit für unseren letzten schlag aktiviere i grubelig wenn du zum kampf bereit bist könnt ihr da jetzt natürlich direkt einen pfeil reinschießen aber das muss natürlich auch nicht weiter mit dem i wir können ihm eigentlich im prinzip einfach helfen wenn er nicht gerade immun ist wir töten mal die ganzen Penner die da oben rumstehen jetzt gehen wir oben runter genau mit einem skipptüffel rein der wird sogar schonst sein hauptmann wird verletzt hilf ihm ich sehe gerade nichts ich sehe gerade nichts Tarts ist messer ausgestorben auf jeden fall ich habe mich da reingetreten da war ich bin zwei schon auf dem treppchen so gut ich kämpfen und ihr werdet für mich kämpfen dieses gebiet gehört mir ich bin der stärkste häuptling in ganz Mordor ich führe meine armee über ein selb auf Schädel unterwerft euch mir oder spürt meine klinge Marvins Plan hat uns große Macht verliehen Macht sollte nicht verschwendet sondern genutzt werden die Königin wird uns zeigen wie Marvins Strategie scheint aufzugehen nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten ein Spiegel der sich bereit macht sein Ebenbild zu zerstören wir sollten zu Marvins zurückkehren sie wird uns mehr sagen können haben wir die so aufgenommen? ich weiß es nicht nicht Moral ist noch schwarz unsere Armee kann ihn nicht übernehmen Oh, no! Oh, no! Oh, no! Geht's dir gut? Oh, ja. Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Oh, mein Kind. Deine Mutter... ...befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion! Es tut mir leid. Sauron brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe... ...und wurde zu einer Gefangenheit in meinem eigenen Ort. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm... ...und die schwarze Hand. Sie... ...bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind... ...sie sind jenseits des nunmehrs. Ihre Armee? Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe, nun Mutter. Ich bereite unsere Abreise aufs Modor vor. So gut. Das läuft. Sarulo ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja... ...für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Oh... Aber... ...das ist nur ein Thron. Wir können aber jetzt rein theoretisch unsere ganzen Leute... ...befehligen, ihre Leute anzugeben. Guck mal, hat er sogar drei und die sind alle zu ihm. Der ist Macht 19. Er hat auch drei. Wenn wir können zu mir. Im Prinzip können wir ihn beauftragen. Müssen, muss mal gucken wo er ist. Krackhorn... ...der Grausame. Ich weiß ja nicht, ob man ihn jetzt irgendwie finden kann. Stell sicher, dass die Jagd von Krackhorn der Grausamell erfolgreich vorläuft. Ja, das machen wir. Dann kriegt er Stufe 20. Und dann... ...wird er... ...mit ziemlich großer Sicherheit... ...befehlbar sein. Und dann werden wir ihm mal verklickern... ...dass er seinen Spacko angreifen sollte. Beziehungsweise ausfordern soll. Randmarke die Häutlinge 2 von 5, ja. Brauchen wir nicht. Lass die Wieste beim Tod heilen! Der ist halt echt psychisch schädig, der Typ. Habe ich. In den Kopf geschossen. Vollaufgaben der Schuss. In den Kopf. Vollaufgaben der Schuss. In den Kopf. Beklappt. Ja, gelöst. Macht 20. Wunderbar. Okay. Zurück. Wenn wir mal schauen... ...die man freund... ...muss ich mal kurz beherrschen. Äh... Rechtsklick. Der Hauptmann, den du beherrschst, dient einem Häuptling als Leibwächter. Du kannst ihm befehligen, einen beliebigen Hauptmann zu ermorden. Einschließ... ...seines Herren oder ihn als Leibwächter eines anderen Häuptlings... ...einschleusen. Er dient... ...einem von uns... ...soll aber... ...den da... ...zu dem gehen. Den mal platt machen. Los Jungs. Maschiert mal ab. Wir werden mal... ...dorthin rennen. Wie weit ist denn das? Oh, da können wir auch Blitzreisen für. Wir haben hier aber noch das Heilmittel. Nachdem Marvin von Sauron... ...Saroma, Entschuldigung... ...besessen wurde, benötigt Li... ...Litariel deine Hilfe, um das Eklexier zu finden, um ihre Mutter zu heilen. Ja... Wir wollen aber erstmal nochmal den beherrschen. Und zwar reisen wir dafür... ...dorthin. Und... ...machen hier auch schon wieder Ende für heute. Werden uns aber... ...auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen Leute. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal unseren Kollegen helfen, Hoblin zu werden. Und das wird ziemlich einfach, denke ich mal. Bis dahin haut rein Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.